Blade of Agony Ein Doom-Mod Dirty Douglas, willkommen zurück, es ist wieder eine Weile. Checkt die Hauptquartier. Das hier ist das österreichische Hauptquartier. Gehen wir mal rein. Wir haben hier ein paar Leute. Das ist bei uns, das ist ein Medic. Hier ist eine Bar. Musik. Ich denke, ich lasse die Standard dran. Okay, alles klar. Schauen wir mal zum Doktor runter. Herr Doktor. Junger Mann. Auch gerne helfen. Das ist wahrscheinlich ein Überläufer. Ich habe noch kein Eisenmann. Oh. Eine geheime Erfindung der Halliierten. Ein Super Nintendo. Da ist ein Doom-Moddraffer. Oh, ich habe noch keine. Aber ich mag es. Das? Das ist ein Tempel. Hier auf dem Herrenklo gibt es ein kleines Secret, aber das müsst ihr selber herausfinden. Also probiert es aus. Der Download-Link ist natürlich in der Beschreibung drin. Okay. Ja, ich kann nur braune Türen öffnen. Holztüren. Da geht's. Ich mache jetzt mal das Training. Ja, Dirty. Los geht's. Lass mich nicht hängen. Na ja, endlich. Wird aber Zeit. Eine Pistole. Ja, ich soll auf das Ding schießen. Los geht's, Dirty. Fertig. Uh, ein Scharfschützengewehr. Peng. Peng. Und Peng. Ich bin ein absoluter Meister-Schütze hier. Das hat es auch klasse. Sieht aus wie ein Helm. Okay, Granaten da reinwerfen. Alliopp. Okay, Alliopp. Alliopp. Und Alliopp. Geht drauf. Ja. Haha, nice. Was haben wir da? Uh. Eine Panzer-Franst. Ein Panzer-Schreck. Oh, Schreck. Machen wir mal diesen Schreck auf. Und hier werde ich. Zack. Bumm. Ja, nice. Okay, Parcours. Alliopp. Hopp, hopp. Hopp. Da lang geht's. Okay. 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 Hehehe. Und? Hopp. Wir haben's. Wir haben's. Hopp. Ich hasse die Jumping Parrels. So. Kiste reinschieben. Dann wieder rauf. Nice. Wir haben's. Okay, Daddy. Ich bin fertig. Alliopp. Alliopp. So. Kommen wir mal zu. Happy to hear from you. Okay, los geht's. Ich mach mal das Licht aus hier. Okay, ja. Der Bösewicht heißt General Fettgesicht. Alles mag ich. Mhm. Okay, okay, General. Lassen Sie uns mal auf unsere Mission hier embarken. Danke. Go, go, go. Oh. Hehehe. Hm. Ja, gehen wir aus. Los geht's. Okay, ich bin bereit. Dirty Dirtless. Ja. Ich hab keinen Seidarm. Okay, hier sind wir. Achtung. Ja, ein U-Boot. Vorsicht. Ich will ja nicht gesehen werden. Ich bin ja hier. Stealth. Stealth, meinst du unterwegs? Da ist der Nächste. Ich bin nicht da. Da oben sind zwei. Und ein Hund. Okay, der hat die Schaufel gekriegt jetzt. Was ist das? Nix. Okay. Nein. Nicht schreien. Brauche ich einen Schlüssel für. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich hab' sie. Da patrouilliert einer. Shh. Oh. Hehehe. Du. Ich bin nicht da, wenn du. Wenn du. Oh, oh, oh. Ballerlein auf mich. Na gut, dann mach' ich dich auch. Keine Muni. Abhauen. 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 Es war knapp. Bisschen Pistolenmunitioner mich gekriegt. Ich lasse den Typen jetzt erstmal in Ruhe. Shh. Ah, nö. Eine Bar. Da hast du eine Kugel. Komm her. Die. Die Schafel ist stark. 3D-Model. Privat. Was da wohl drin ist? Oh shit. Tja, jetzt hat es sich ausgeführt. Oh, was zum Essen? Necker. Da ist noch ein Medikator in der Toilette. Nice. Und jetzt dreht nichts voraus hier. Kein Zugang. Ruhe. Jawohl, Leute. Schlafen. Das hier ist ein... Das hier ist ein... Das hier ist ein Hotel. Tja, ich erledige meine Sachen leise. Das war ich nicht. Das war der Feuerlöscher. Oh. Du bist raus. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, fuck, man. Geh mir doch mal drauf. Klop, klopf. Und schauen wir mal, was da hinten ist. Okay, ich habe genug Stamina. Los geht's. Haha. Geld. Okay. Da ist ein Eingang. Oh shit. Ich zeige dir die Schaufel, Mann. Aber ich habe da oben auch einen Weg gesehen. Ja, jetzt auch noch drauf. Hopp. Geld. Und Gewehrmunition. Hm. Mein Gewehr ist es recht nutzlos. Hm. Da war ich. Hm. Neck. Oh shit. Komm her, komm her. Oh, da ist ein Typ von drinnen, den ich von außen erledigt habe. Oh shit. Da hat ein Typ mit der Toilette versteckt gehabt. Ist der eine, da ist der andere. Hm. Aber ich habe jetzt einen Schlüssel. Wir wissen ja, wo eine verschlossene Tür ist. Kann man was aufsperren? Na? Nein. Ihr nicht. Sicherheitsdienst, oder? Ist kein Sicherheitsdienst mehr. Privat? Ein Wissenschaftler? Was macht der hier? Okay. Jetzt hat sich's ausgescher, verhindert. Oh shit. Das sind ein paar mehr. Ja. Feuer öffnen. Feuer öffnen. Oh, wo ist er? Da ist er. Oh, ich wollte ein Gewehr herkriege. Da geht's rein. Schweige. Schweige. Hast du das schildig gesehen? Ja. Ja. Wunderbar. Dann mit den nächsten. Kick. Hehehe. Hier rollen keine Köpfe. Oh. Der versteckt Geld in der Dusche. Clever. Clever. Das könnte ich überhaupt schauen. Weg. Hehehe. Ei. Ei. Okay. Heizraum. Mit Bio-Gefahr. Das sieht leicht verdächtig aus. Noch ein Gewehr. Ha. Das ist kein Heizraum. Das sieht eher nach einem Labor aus. Lebensgefahr. Hochspannung. Schalter. Ha. Oh fuck. Pulser. Da ist halt. Komm. Ich gebe dir ein bisschen Freiheit. Was ist das? Ein Labor. Ein Chirurg. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Zack. Endlich mal den blöden Spritzen der Fähre ausgeworfen. Komm. Ah, jetzt haben wir es. Ich muss, ich muss abschießen, das so. Okay, ja, ich, ich glaube auch, dass ich ihre Aufmerksamkeit erregt habe. Danke, Dirty, Dirty, Dirty. Aber es ist lieber hier raus. Wir wollen auch mehr von denen. Es kommt schon mehr von denen, aber noch mehr von denen. Also. Go, go, go. Oh fuck. Jetzt kommt Stücke. Ah. Da oben auf den Dächern. Oh shit. Ich habe ihn. Du dich. Ein Schuss. Ja, ich habe ihn. Aber. Ich habe ihn. Da ist der Dirty Douglas. Nix weg hier. aber es geschafft meiner abgedacht ist es ist nacht jetzt mal hier bei medic einlassen und dann war upgrades kaufen wie viel geld habe ich überhaupt 44 kann ich mir nichts leisten außer diese bandagen ich hoffe bandagen das ist ein schönes item was ist denn da los ja ich glaube nicht sicher ich glaube dass ich nichts für den doch guten doktor gefunden ab und sns und sns karten habe ich auch nicht gefunden schade ja ich soll ich bin was ich nicht auf den granaten knapp gekommen das mache ich lieber nicht ja das war's das ist blade of agony wolfen doom ladet euch runter link ist in der beschreibung zur seite